So, willkommen zur letzten Folge dieser Sessione. Ich hoffe mal, dass wir mit einem Sieg hier noch rausgehen. Glaub, tue ich aber nicht so wirklich dran. Na, du... Ich hätte einfach durchziehen sollen. Scheiße, Mann. Oh, Gott, du, Gott, du, Gott. Oh, Gott, du, Gott, du, Gott, du, Gott. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir haben auch schon wieder einen Kack-Ping, heißt das hier für, oder? Ja. Also noch haben wir hier eine Chance. Ja, ja, ja. 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 Schön. Das war mal ein gutes Zusammenspiel hier. Nein. Nein. Ich bin, 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 ich Wow! Ah! 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 Piseu! Eh! Wow! Oh! Schön! Ach, kacke! No! 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 Mist, 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 Mist. Wow, der war gut. Das war echt nice. Oh, der war gut. Nein! Nein! Okay. Schade. Ganz witzgefährlich. Oh no. Schön, dass glaube ich auch wieder alle vorbeigesiegelt sind. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nice, ey. Wow. Ich habe Glück, dass das stimmt diesmal. Oh, noch zwei Siege bräuchte ich. Gnarf. Oh, Mann. Aiii, Scheiße! fremd schnee bis frisch Fremdstressing vielleicht, ja. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Punkte. Äh. Nein. 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 Ja. Ja. Ist der Benz für ne? Was für Ding? Ah, schade. Ah, schade, 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 schade. Das wäre ne gute Chance gewesen. Gehen wir verbeckt. Aber das war auch nicht korrekt von mir. Okay. Ah, schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Kacke. Ah, knapp, knapp, knapp. So einen ganz kleinen Tick war er schon drin. Schön. Nein. Nein. Ui, ei, ei. Glück. Das war aber noch eine Kacke, ey. Herrlich. Ei, ei, ei. Schade. Nein. Hm. Ob das mit Absicht war? Also wenn ja, geil. Oh. Halbe Minute noch irgendwie durchhalten. Wow. Alter, das war Glück. Ach. So. Das war's das. Für diese Session. Und wir hoffen mal, dass wir in der nächsten dann unsere Saisonbelohnung bekommen. Spitze bedanke mich. Bis denneher.